Herr Wiktor Heifelsdorfer, wieder bei uns auf der GBP, auf der 12. Günnen Blue Building Conference. Ja, beim Thema Digitalisierung waren Sie immer einer, der in der Immobilienwirtschaft Vorreiter war, der es sehr konsequent umsetzen wollte. Wie sehen Sie den aktuellen Status in den österreichischen Immobilienunternehmen? Ja, ich bin unverbesserlich noch nicht geheilt von der Digitalisierung, ist nach wie vor ein sehr spannendes Thema. Und ich sage einmal mit steigenden Zinsen vor der Tür und der Änderung im Immobilienmarkt, den man vielleicht jetzt nur ganz leicht spürt, aber der sicherlich in absehbarer Zeit kommen wird, wird das Thema noch spannender. Es gibt noch viel zu tun. Wir wollen mal sagen, dass einige Unternehmen da schon sehr massiv unterwegs sind. Sicherlich auch getrieben von dem Thema Taxonomie, ganz ein großes Thema ISG, das man vernünftig nur dann bewerkstelligen kann, wenn man sich auch der Digitalisierung widmet, unter der Voraussetzung natürlich, dass man es ernst nimmt. Wenn das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit haben einen engen Connects, wie orten Sie den? Naja, ich glaube, dass das eine oder das andere nicht funktionieren wird, dass insbesondere Nachhaltigkeit nicht ohne Digitalisierung funktioniert. Umgekehrt wird es vermutlich schon funktionieren. Aber ja, Nachhaltigkeit beinhaltet ja im Endeffekt auch eine gewisse Einsparung an Ressourcen. Einsparung an Ressourcen kann vielfältig sein. Und um das zu schaffen, muss ich Dinge einfach nicht nur anders, sondern schlauer machen. Doing the right things right. Und das ist genau das, was im Endeffekt die Digitalisierung macht. Und da muss man, glaube ich, einfach unterscheiden, ist es wirklich, wie es im Englischen heißt, Digitization. Also die Papierform in digitale Form zu bringen, damit ist noch nichts gewonnen. Man findet vielleicht die Sachen einfacher. Oder ist es Digitalization, wo man dann anfängt einzusparen und die dritte Stufe, wo man dann im Endausbau auch wirklich Geld damit verdient, mit dem, was man macht. Und es geht ja nicht nur darum, einzelne Prozesse, so wie man sie bisher gemacht hat, in anderer Form oder in anderen Medien abzubilden. Sondern es geht ja darum, diese Prozesse End-to-End neu zu überdenken, sie zu schauen, braucht es da unter Umständen auch andere Rollen mit dabei, dass da auf einmal Rollen im Prozess auftauchen, die es vorher nicht gegeben hat. Stichwort Data Steward oder ähnliche Sachen. Und insofern muss man die Dinge neu denken. Es ist ja eine Riesenchance, mal einen Schritt zur Seite zu machen und das zu betrachten, was man bisher gemacht hat. Und sehr die Frage zu stellen, warum man es genauso gemacht hat, wie man es bisher gemacht hat. Sie waren für mich immer auch so etwas wie ein Trendscout in Sachen Digitalisierung. Jetzt haben Sie schon Data Steward genannt. Was sind denn für Sie die Neuigkeiten am Markt? Was ist so die nächste Lösung, an die vielleicht viele jetzt noch gar nicht denken? Digitalisierung im Sinne von Datenverfügbarkeit ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Thema. Nämlich so, dass man die Daten in gereinigter Form irgendwo zur Verfügung hat. Früher war das in Form eines Data Warehouse. Heutzutage hat sich das weiterentwickelt. Das sind dann Data Lake Lösungen, die teilweise noch in Kombination mit Data Warehouse verwendet werden. Aber einen Ort, wo eben in diesem Data Lake nur gereinigtes Wasser, sprich die verifizierten Daten aus gesicherten Wellen reinkommen und wo man im nächsten Schritt dann Business Intelligence darauf aufbauen kann, um alle Fragen, die sie tagtäglich im Betrieb eines Unternehmens ergeben, auch beantworten zu können, ohne dass man da 14 Tage lang das Excel knechten muss, um eine einzige Frage zu beantworten. Quasi die Single Source of Truth, ne? Ja. Wobei die Wahrheit generiert man ja bis zu einem gewissen Grad über die intelligenten Queries, die man dann über die BI definiert selbst. Aber die Basis muss natürlich eine hochreine sein. Nun zur Praxis, da ist IMO. Wie wichtig ist denn in diesem Bereich das Thema Nachhaltigkeit? Wir nehmen das Thema extrem ernst. Bei uns ist es nicht so wichtig, dass sich der ganze Vorstand darum kümmert, wie man das immer wieder Hauptversammlungen hört. Bei uns ist es so, dass es einem Vorstand direkt zugeordnet ist. Das bin in dem Fall ich. Wir haben jetzt im September diesen Jahres einen neuen Kollegen eingestellt, der das auch studiert hat und wo wir versuchen wirklich einen ganzheitlichen Ansatz für das Unternehmen zu fahren und alles das, was es davor schon in unterschiedlichen Bereichen gegeben hat, zu bündeln. Und unser Ansatz ist schlicht und einfach der, dass die Anforderungen aus einer Taxonomie heraus wir nicht als zusätzliche Belastung sehen, sondern wir wollen das Ganze so aufsetzen, dass wir unseren Betrieb, unseren täglichen Betrieb so gestalten, dass das, was ich dann brauche, um der Taxonomie zu entsprechen, letztendlich automatisch aus dem Betrieb kommt und nicht extra dann irgendwo rausgezogen muss. Also es muss im Wesentlichen ein automatisches Produkt dessen sein, was man tagtäglich tut. Wir vergeben ja heute auch wieder die GBP Awards. Welche interessanten, spannenden Projekte in Sachen Nachhaltigkeit sind jetzt bei Ihnen so in der Pipeline? Na gut, wir haben natürlich auch nicht das Rad neu erfunden. Bei uns geht es im Wesentlichen darum, alles das, was wir im Bestand haben und wir haben ja alleine in Deutschland über 300 Objekte von den Medien her exakt zu erfassen, wo wir schauen über Österreich und Deutschland hinaus auch ausschließlich unsere Objekte mit nachhaltiger Energie zu versorgen. Das Thema ABV ist ein wahnsinniges Thema und natürlich auch im Zusammenhang mit dem CO2-Fußabdruck das Thema Stranded Asset. Das heißt, wir sind jetzt auch gerade dabei, unser ganzes Portfolio zu analysieren und zu schauen, wo welche Maßnahmen notwendig sind, um dann irgendwann in den nächsten Jahren auch sukzessive unseren CO2-Fußabdruck zu verringern. Und das funktioniert halt nicht zuletzt auch am besten, wenn man es parallel zur Digitalisierung betreibt. Vielen Dank. Dankeschön.